Hi Leute und herzlich willkommen zu dem Infovideo. Ja, ich wollte einfach nur mal fragen, ob ihr die beiden Projekte wie Project Cars und Bausimulator auf dem Kanal sehen wollt und halt ob euch sowas interessiert. Ob ihr sehen wollt, Bausimulator habe ich jetzt schon hochgeladen, Project Cars auf den Stream. Ja, ich wollte einfach mal nur von euch wissen, ob ihr euch das angucken würdet. Und ja, wenn ihr das wollt, dass ich die beiden Folgen hier aufnehme, also die beiden Projekte, Project Cars und Bausimulator 2 oder 3, könnt ihr das ja mal oben dann, da ist dann so ein Symbol, so ein I glaube ich, das könnt ihr dann einfach mal abstimmen oder in die Kommentare schreiben. Das ist egal. Und ja, das war es dann auch schon von dem Video. Nicht vergessen abzustimmen und ja, ciao.